Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video. Ihr müsst euch hier vorstellen, was jetzt kommt. Unser 1S19 Mod-Verstellung. Was ist mir jetzt gedacht? Ich möchte nicht. Wir gehen unter Mitte-Taktion. Wir gehen hier. Der Beta-17er ist zurück. Der ist schon ein bisschen länger draußen. Ich kann hier Fangfarm nehmen. Ne, das wird ein bisschen so reifen. Also, ja. Wenn ihr mehr Beta-Taktion habt, guckt mal beim Let's Play vorbei. Weil das sieht man dann wieder auch. Ja, also. Ich weiß nicht. Es gibt übelst viele Möglichkeiten, hier unten umleuchten. Der Balken. Und dann mache ich das Design. Hier kommen wir zum Ding da. Was? Top-Leuts. Ah. Mod-Ausführung von 175 bis 210. Und vorne da kann ich gucken, Heck oder Front halt. Hier kaufen wir den mal so. Und einmal ganz normal M-Beta-Farben. Und dann kann ich da zu dem ich Linie nehmen. So. Also. Wenn das nicht geil aussieht. So. Warte mal. Ähm. So. Und. Als was ich ja im Video bekannt bin, für diesen geilen Sounden, schau dir auch diese Reifen an. So. Äh. Das ist mir. Dieser Sound. Also, ob ihr es hört, das ist bei mir immer das große Problem. Richtig geil gemacht, auch das Lenker oder so. Ich glaube, beleuchtet schon. Icy hat er leider nicht. Zu gelblichen Tonen. Hat er Hooper da auch. Und umleuchten. Das ist schon geil. Link zu dem Mod ist natürlich in der Videobeschreibung. So. Mit dem kann ich echt Spaß haben. Auch mit dem Reifen näher. Aber ich finde, die sind auch. Da mir das gefällt mir auch voll gut. Füße ich natürlich gleich an. Das ist, äh, ist Wende, oder? Dieser Link ist in der Videobeschreibung. Den gab es auch im 17er schon. Und. Ja, ich weiß nicht, ob der kommentiert ist. Ich will mich jetzt zuhört aus dem Fenster legen. Lehnen. Liegen. Äh, weil. Ja. Er hat geschrieben, acht Stunden. Wie viele Stunden saß er da dran? Aber. Ja, wenn man mal anguckt. 17er sah genau so aus. Nur halt. So von. Es gab früher noch nicht so viele Möglichkeiten. Mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem. Hier. Was ist das? Mit. Äh. Ja. Zu bearbeiten nochmal. Äh. Ja. Im Moment. Im B.A. Zieht auf jeden Fall was weg. So. Gar keine Frage. Äh. Wollte mal einen ultimativen Test machen, oder? Ihr wisst auch. Flügel. Der Flug ist für. Ah, wohl, ne. Nimm den. Weil. Den weiß ich, dass er für 1050 nicht packt. schon und nehmen die bei denen, kaufe ich mal hier so ein Stück Land zu kaufen. Ähm. Also ultimativer Test. So. Ja. Hm, trotzdem schüttelt mit Elegant. Oh Gott. Klacken den Stuhl, also den Stuhl hier mal aus. Äh. Da liegen ein paar Ballen und dann geht's ihr fehl. So. Aber. Man muss sagen. Er bekommt den gezogen. Und es geht auch bergauf. Also. Er bekommt den gezogen. Äh. Ja. Ob ich. Ob man mit dem jetzt fliegen fällt mir in den Flug. Ja. Ist euch überlassen. Aber ich persönlich. Wäre ich nicht machen. Aber er bekommt den gezogen. Äh. Hallo. Also. So. Schon im Flug ist halt wieder ein bisschen buggy. Ja. Gar nicht mal so schlecht. Ja. Wie gesagt. Was hat. Was ist denn im Flug los? Äh. Dann sag ich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut an. Schönen Tag. Und. Adios. Ciao.